Wir haben nicht viel Zeit. Also, macht euch bereit! Nur weil wir Verbündete sind, heißt das nicht, dass ich euch alles durchgehen lasse. Klappe halten! Nicht stören Spielezeit! Popcorn zur Hand! Gleich geht's los! Der Kampf beginnt in 10 Sekunden! 5, 4, 3, 2, 1! Möge der Kampf beginnen! 1, 2, 1! Möge der Kampf beginnt! 1, 2, 1! Möge der Kampf beginnt! 1, 2, 1! Möge der Kampf beginnt! 2, 1! Möge der Kampf beginnt! 2, 1! Möge der Kampf beginnt! 3, 2, 1! Möge der Kampf beginnt! Ich mache ihn! Ich mache ihn! Ihr haltet euch also für würdig, die Macht des Drachenritters zu besitzen? Beweist es und übernimmt die Kontrolle über die Schreine! Vorverteidigung! Nehmt die Schreine ein! Erhaltet die Macht des Drachenritters und legt dieses verfluchte Königreich in Schutt und Asche! Ich kann unseren Feind nicht mehr sehen! 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 Ich habe unseren Feind nicht mehr sehen! Okay. 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 Wo ist denn das? Das war's für heute. Ich habe versucht dieses Reich zu retten, nun steht es entlang. Machen Sie sich so weiter. Der Coronavirus fährt schon mal besonders häufig. Keine keer primer, oder? Denn die beiden Punkte vergewirrt sind jetzt noch einen должiger Meet & Held und Halten mal die Verfassung. Ich mach' Spielkamera, du kleiner Blutrausch! Das sollte uns voranbringen! Das ist eine Aufgabe, die man nicht allein auf sich nehmen sollte! Das ist eine Aufgabe! Es muss immer einen Drachenritter geben, aber werdet ihr es sein? Aber was ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Was ist das? Stellt euch in! Bis zum nächsten Mal. Die Schreine erwachen erneut. Wer wird die uralte Macht des Drachenritters besitzen? Die Schreine erwachen erneut. 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 nicht mehr lang Und die Schreine sind reif zur Eroberung. 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 Die Schreine sind reif zur Eroberung.